So, wir müssten hier weiter geradeaus, Jungs. Oh, Echo? Hab ich auch noch nicht gesammelt. Ich auch nicht. Dann gucken wir mal klein mal rein. Dann hau mal rein. Vor uns. Zwei. Oh. Wunderschön, mal wieder. Zuck mal wieder. Zuck mal, kleinste Teil. Drei. Oh nein. Zwei, drei. Vier. Stufe zehn. Oh, das ist machbar. Alter. Die haben immer auch Ich würde ja an die Kinder verbrannt. Oh, shit. Alter, schweber. Alter, was geht denn hier ab? Alter. Wow. Das sind doch noch zehn. Boah, hier. Das schleiß ich ran hier. So. Boah, was ist denn hier? Boah, das ist nett. Deswegen haben wir ja gerade gesagt. Hier geht Party, Alter. Boah. Alter, das war jetzt krass. Ich hört ja immer noch was. Wenn ich sag, guck mal in Ruhe, uns was anfangen. Immer kommt so ne Armee auf uns zu. Ne, hier ist clean. Was ist das? Einmal Werkzeug. Es sagt mein Inventar jetzt. Mir fehlt immer noch ein bisschen was. Verkekst. Ja, durch die Mission haben wir dann genug Leute. 600 Credits finde ich gut. 600 Credits finde ich gut. Also mehr als 600. Da vorne sind wir. Ich habe gerade ein rotes Symbol gesehen. Steht auch groß No Entry und wir gehen rein. Ist okay. Ihr lauft auch gerne da rein. Oh, was haben wir denn hier? Nehmen wir mit. Alles mitnehmen. Da laufen wir da rein. Wo ist grüner Loot? Wo? Wir fürchten uns nicht. Hier ist mein. Ok, Sturmgewehr. Da vorne sind Gegner. Jetzt habe ich wieder 700. Oh, was ist das hier? Was? Manchmal wollen sie ihren Scheiß um jeden Preis behalten. Die versuchen einen vielleicht sogar deswegen umzulegen. Hör, hab ich erlebt. In dem Fall musst du dir den Größten raussuchen und ihm in den Kopf schießen. Leg ihn einfach um, dann hören die anderen zu. Vergiss nicht, er würde dasselbe machen, wenn er könnte. Gezieht der Fuß direkt in den Kopf. Alles klar. Wenn Kinder dabei sind, ist es leichter. Ziel einfach auf das Kind und geben sie nach. Boah, Drecksäcker. Wenn sie einen Hund haben, kannst du drohen ihn umzulegen oder du lebst ihn einfach um. Wenn du die Eier hast, kannst du ihn sogar mitbringen. Alles nur Drecksäcker, ey. Wir sollen den Hund essen? Hey, schmeckt echt ganz gut, wenn das Fleisch mager ist. Zielen Sie damit nicht auf mich. Machen wir ja auch gar nichts. Lauf nur. Keine Bedrohung. 0,7 Kilometer nach? Alter, wir laufen ja noch Marathon. Das hat der von einer halben Stunde auch schon mal besser. Ich glaube auch. Der labert nur Gülle. Zocker von 15 Minuten. Ja. Ne, ist auch nicht. Finde ich auch. Ist nicht meine Schuld. Das sagt die doch immer. Alter ist das hier hell. Kann man ja mal das Licht ausmachen? Das ist so ähnlich wie heute Morgen zur Arbeit. Ja, irgendwie schon. Kommt mir bekannt vor. Ihr habt Schnee, ja? Nein! Heute Morgen bei minus 8 Grad ein Schneesturm. Alter, ich hätte gerne hier unten Schnee. Hier ist nichts. Alter, das ist innerhalb von 5 Minuten, ne? Ey, das war in der Nacht so kalt. Nicht mal die Autos haben Frost irgendwie abgekriegt. Ja, weil wir bei uns auch. Minus 8 bis 7 Grad. Von rechts Gegner? Okay, rechts Gegner. Also Nord-Ost. So ein bisschen. Oh, Alter. Ja, aber hinterm Haus. Ach so. Ja, hinterm Haus. Ja, okay. Platz zu machen. 0 Interest. So, 0,4. Ist das deine Promilleanzahl oder was? Ja. Oh, jetzt kommt das wahrscheinlich noch nicht genug. Oh, ich hab was gekriegt. Ja, ja. Von jetzt hab ich was. Ja. Ja, EP wegen neuem Gebiet. Hey, bin ich gut. Okay, ich kann. Ich seh. Ihr macht bitte hin. Hier ist eine geistige Gefahr. Bitte beeilt euch. Kann ich? Ja, klar. Mach doch. Hat der gesagt Bastard nicht? Wer weiß der das denn? Was wegen dem Bastard oder? Oh. Also das möchte ich jetzt erklärt haben. Ach du Scheiße. Da ist ein Boss Gegner bei. Aber sonst geht's euch gut oder was? Echt? Den behalten wir. Den schieße ich in den Murmel weg. Komm her, Murmel. So. So. Vorbei. Wuuu. Hey. Schwierig. Ist der schon tot? Ja. Ich hab den immer schön in den Kopf geschossen. Ja, das machst du. Ach so, ja. Du bist ja Scharfschütze, du hast recht. Ja, das ist, das ist eine Aussage, die ich begrüße. Ich bin Scharfschütze, du hast recht. Das ist eine Aussage, die ich gerne höre. Warte mal. Warte. Danke, er hört mal auf mich. Wir sind eh falsch, wir sind eh falsch. Da müssen wir nicht durch. Boah. Boah, Depp. Du heißt doch nicht Johnny. Depp? Noch nicht. Wer schießt denn da laut? Weiß ich nicht. Ja. Der macht mir wuschig. Die Maschinen gewerze Laden, das brauche ja ewig. Aber. Das ist der Nachteil, genau. Nix mit schnellladen. Aber? Du hast viel Muni. Geradeaus? Ja. Ja. Und dann rein. Au, alter, alter, alter. Alter, alter. Ähm. Ich glaub. Lass mich mal eben eco-ecos. Ja. Da ist ein Dingsfluss bei uns. Niko kommst du weg da? Ja, gerne. Ähm. Okay, die restlichen kommen nicht. Oh doch, die kommen. Die sind ganz schön feige, ne? Nimm deinen komischen Schädel hoch, ja. Ja, da würde ich mich hinstellen, du. Das war. Ja, ist aber auch dämlich. Da hat er, da hat er gesehen, dass er... Da ist immer noch einer, Andi. Pass auf. Ja. Rechts. Sag ich doch. Hier ist ein Handy. Wo? Wo? Hier in der Ecke. Oh, geil. Ist das das... Das ist das S9? Ja, er hat mir in den Mund genießt. Was? Weißt du was? Was? Das war nicht mal mein schlimmstes Date die Woche. Äh. Ihh. Du lernst dein eigenes Bier zu brauen. Wir gehen alle. Bier, Braukurse und Brooklyn-Hipster? Welches Jahr haben wir? David steht total auf dich. Ich setz dich auf die Liste. Alles klar. Somit haben wir alles gehört. Äh, Alter. Das ist ja... Im Mund genießt, Alter. Bäh. Bäh. Das ist ja... Bäh. 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 Mache. Das sind die liebe Kelche gestern. Das hat was denn angefasst? Wer hat... Wer hat was angefasst? Was ist das hier? Nachschublager ist das jetzt. HBei. Hätte mal annehmen können. Haben wir aber grad nicht. Weil du weiter rennst. Es rennt und rennt und rennt und rennt. So, 1,90 Meter, wir sind nicht gleich da. Geht gleich los hier. Wow. Und danach haben wir gleich das zweite nebenan. Wow. Jetzt geht's los. Oh nein. Oh nein, Nico. Das haben wir doch schon mal versucht, Alter. Ach, so nice. Alter, Alter, warte, warte, warte. Jetzt muss ich hoch. Ich schieße von hier oben. Ich habe da sowas, dass ich freue, da runter zu kommen. Hat jemand die Treppe im Visier? Guck mal, ich habe da was. Ja, los dann. Ach ja, genau. Warte, ich wirf meinen Sinn da her. Ja, Nico, die Treppe. Der Dreck sagt da oben, ne? Oh. Achtung, Nico, geradeaus, da ist doch was. Ah, da, ich seh'n. Er rennt und rennt und versteckt sich. Find ich okay. Ja, das ist... Ich habe keine Chance. Ja, ist aber... ...und da, ich seh'n. ...und da, ich seh'n. Ja, ich seh'n. Ja, ich seh'n. Wuuuuh! Alter, 2000. In den Arsch. Komm, hol dir eine, hol dir eine. Ah, nein. 4.000. Geil. Und da war er. Oh, da war auch Putz. Geh'n doch einfach. Weiß'n nicht, was du hast. Äh, okay, das wird noch interessanter. Oh. Oh, nein. Sag' nicht sowas. Also, wir müssen wieder hoch. Ja. Aber... Genau. Wieder hoch? Ja. Bleib' oben. Wieso geh'n hoch, runter, was? Hier. Warnung, Feindkraften nähern sich. Kommt drauf an, von wo? Und? Ich hoffe, jetzt nicht von hinten. Nein. Warnung, Sprengvorrichtung wurde entdeckt. Das ist verboten. Da, kommen sie. Siegst es? Hm. Okay. Was sagt er, wir sterben? Irgendwie sind die alle tot. Ja, aber da. Kräfte näher an sich. So, war noch nicht alles. Jo. Wir müssen jetzt bloß von wo? Da. Da kommen sie. Ein fetter. Ja, ist der Master Chief. Oh, ich hab keine Munition mehr für meinen Scharfschützengewehr. Das ist nicht gut. Ja, aber dann holt er mal schnell anderes raus. Und gerade beim Laden. Okay. Der Dicke ist tot. Ich weiß, dass er eine Granate hat. Oh, war's schon. So muss das sein. Ja, aber 200 Kräfte zusammengehebt. Oh, passt doch. Danke für die Hilfe, Agent. Ab hier übernehmen wir. Oh, der blauer Loot. Blauer Loot. Äh, da hab ich nix. Nein, da kann er noch wirklich irgendwas. Äh, hier werden mir noch Leute angezeigt. Da kommt noch mehr! Oh, scheiße. Oh, Wahnsinn. Okay, der kommt. Mama, 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 Mama. Alter. Doch mal einer meiner Mama rufen. Ich bin noch nicht angekassen. Ich bin auch angeschossen. Andi, ähm. Wo ist der? Ich krabbel mal ein bisschen nach Andi rüber. Ja, Andi ist aber auch gerade im Beschuss. Oh, fuck. Bist du... Nein. Mike, komm her. Mike. Ich bin da schon gleich da. Ey, der ist ein Ultra-Fetter. Ultra-Fetter? Guck mal, den mit vielen kleinen Strichen an. Oh, ja. Der ist auch nur Level 18. Also, die sind alle Level 18. Das ist okay. Boah, der ist... Läuft bei uns. Alter. Andi, könntest du, äh... Alter. Ciao. Mike, du musst mal ganz kurz weiter in den Schiffen. Äh, Problem. Gucken, ducken. und er hat er ist gleich weg hinten links ist ein scharfschützer ja ich muss mein scharfschützen gewalt auch was probleme halte ich mal bitte weiter da oben steht noch einer an den komme ich nicht ran die kommen ja zum klick nicht näher alter ich hab ein problem ich auch nur noch mal kann uns retten nö nö alles gut echt jetzt ja komm nur vor alter die hängt doch da hinten fest äh maik du musst uns helfen wieso kann ich mich denn nicht heilen ach so der hat das ding zerstört der volle maik wo bist du komm komm hier hinten hinten ich kann nicht hinten hier hinten ich bin voll auf dem gleisen alter ich leck gerade das eis über den schien boing ich auch scheiße wenn die wissen wo ich bin ne ja könnt ihr denn nochmal zu mir oder wie ne ne das hohen geht nicht mehr jetzt wir können neu starten aber dann äh ja dann was dann haben wir einen kleinen weg vor uns auch nur klein oh du musst vorrennen maik du musst jetzt heil dich auf F Vogel V Entschuldigung Vogel V heil ne genau jetzt oder auch nicht ok da hast du das schon gegessen ja ähm ähm ne es sind ja aber hey unsere eigentliche Aufgabe haben wir geschafft heil dich heil dich heil dich heil dich heil dich das war grad zu mega random wir kommen da an joo bumm ok treten eines sicheren Bereichs so da haben wir noch einen Nebenauftrag den könnten wir noch machen ja ich geh jetzt erstmal mir äh ein wenig Verstärkung organisieren wo gehst du denn hin in die Operationsbasis Operationsbasis na gut ok dann müssen wir noch heiraten ja ich möchte euch eine bessere Hilfe sein du teilst doch jetzt schon 6000 Schaden als wieviel Hilfe willst du noch sein 8000 ich sehe das nicht sogar 8000 als Scharfschutz aber nur wenn du guckst also warnung sie entfernen sich aus dem sicheren Bereich also wir hatten noch Waffenteil hm so come on jetzt hab ich genug gesammelt jetzt kann ich mal jetzt kann ich die Waffe doch bitte holen das wäre ganz nice von euch ja bin ich deiner Meinung verkaufen irgendwie finde ich euer Safehouse nicht da du kannst dich auch einfach zu mir porten wenn ich wüsste wie ich dich sehe hier musst du gucken auf der Map steht dann Gruppenmitglied nein doch musst dann gucken an der Operationsbasis steht dann Gruppenmitglied da siehst du mich da siehst du mich das ist es ist ich bin du kannst du mich mit der die 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 Untertitelung des ZDF, 2020